Hier für die Ecke? Nein. Wohin, ich schipp hier frei. Ich hab den Vogel mit dem Stein erstaunt. Oh, oh, geht's wieder dauer. Ich stirb den Ding auch mal vom Stein. Bitte, mein Feuerstein. Wohin. Ist ja auf der Map auch noch einer irgendwo. Ja, das weiß ich. Ob man da so gut ankommen kann, oder? Oh man, du willst wissen, ob auf der Map noch einer ist. Ich seh ganz oben in den Wolken auch noch einen. Ich komm da trotzdem nicht an. Und dann funktioniert der Boss noch einen. Brauchen auch einen. Glaube ich. Ich check mal ab, ob er durchpasst. Oh, er passt, er passt. Dann muss ich erstmal einen. Machst du, ich bin doch falsch. Wie du es da durchbohrst bis unten. Das Ding klemmt, Kolo. Kolo, komm. Oh nein. Entschuldigung. Nimm mich mit. Okay. Hast du? Glaube ja. Du kommst nicht mehr hoch, glaube ich. Ich steck'n fest. Ich steck'n fest. Ich steck'n fest. Oh. Oh. Oh nein. Das ist fair. Ich steck'n nur fest. Oh nein. Oh nein. Das ist fair. Ich steck'n nur fest. Oh, ne. Wie ist denn der Baum mit Salat? Der nach unten geht ja immer, aber nicht nach oben. Ich steck'n. Ich steck'n. Warte, das ist gut. Kann man das Gebäude nicht verändern? Die Hütte können wir noch auch verändern. Oh nein. Wie kann ich das Fehlsausbau? So, so. Das soll den Muster weg. Wenn man da so reintroppt in so'n Shitloch. Ich hab'n Feuerstein, also spiel'n nicht mit dem Feuer. Der ist jetzt da festgemüselt. Er wächst. Er nervt sich vom Müll. Meinst du? Wir können nicht mehr mehr den Fahrstuhl benutzen. Doch, jetzt müsste er doch eigentlich gehen. Ach, scheiß Baumwoll. Ich muss einen Feuerstein da draufwerfen, dass das Öl sich entzündet und den Baum abrämmt. Meinst du das zu gehen? Ja, den machst du. Mach' noch. Du musst jetzt den Fahrstuhl springen. Das hat funktioniert. Das ist wunderschön. Schnell auf. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kannst du weiterspielen? Das tut mir leid. Spiel besser. Die schöne Höhe ist weg. Alles kaputt. Aber wir haben Fahrstuhl, oder? Und du fährst damit einverstanden? Das ist eigentlich fast deine Schuhe. So, wie ist das hier noch zu retten? Was kosten Sägebeeren nochmal? Ja. Brauchte man dafür Steine? Ja, hoffentlich. Zwei Metall, sechs Holz. Ach, shit. Metall aber, ne? Der Zug ist endgültig abgefahren. Wir können nicht mal welches kaufen, ne? Richtig. Da oben, wer weg ist. Hm. Wir haben auch kein Brennmaterial. Wir kriegen keine Bäume hoch. Alkohle. Kohle können wir uns besorgen. Na schön. Brennmaterial haben wir, also. Jetzt schauen wir mal nach. Sie ist ein Baum. Ich hoffe, er hat nie mitgekriegt, was mit seinem Kumpel passiert ist. Wenn ich immer noch nicht verstehe, wie es passieren konnte, dass wir beide sterben konnten. Hm. Wenn es nicht tröst, Kojo, ein bisschen Öl ist ja noch. Das ist das Geldproblem. Das ist das Problem, ja. Tschüss. Sind die Viecher noch da? Hm. Wie kriegen wir sechs? Kann man noch Holz kaufen? Wir müssen warten, bis die eine Tanne da weiter gewachsen ist. Und dann darf es keiner verkracken. Ja. Öl ist da oben ja nicht. Kann sein, dass wir überhaupt den Schacht runterknallen, aber. Kann sein, dass hinter der, hinter dem Sägewerk eine Tanne wächst. Ja. Fels ist grün, lass sie nicht fallen. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Also man muss erst mal diesen Baum hier wegmachen. Uff. Das ist eigentlich gut. Jesus Christ. Ach nein, nicht den Baum versuchen. Fällt es auch nur nett. Du musst da eigentlich sein. Ich bin mal gespannt, wie er das macht. Er kann das vielleicht besser, wenn es mir. Das Level ist ein bisschen ver-crapped. Das war uns aber auch schon. Ja. Wie kriegen wir das Ding verschoben? Puh. Das geht nicht, ja. Ich glaube, wir müssen einmal mit der Tanne mal probieren, ja. Das Problem ist ja, wir müssen ja erst einen Hochrufen bauen. Und dann... Ach, alles geil. Ich glaube, die Tannen wären noch nicht größer. Kolder. Danke, dass du mich auch münd bist. Bloß nicht in den Schacht. Nein. Wenn man nur das reinlaufen lässt. Also nur weil es beim ersten Mal schief ging mit dem Schacht und dem Baum und dem Öl. Das ist ja nicht, dass das wieder schief geht. Was wäre denn mit dem Baum passiert? Ach, passiert. Der Baum würde man da rein kommen. Und sonst... Stromleitung könnte ich bezahlen. Der Bausatz, den müsste man auch noch bezahlen. Das ist das Problem, ja. Wie teuer hast du einen Bausatz? Ich habe noch einen Flint. Ich glaube 15. Treff' gut. So, lebst du noch? Jupp, die Börse ist bezahlbar. Ich sehe noch Hoffnung. Zumindest erstmal weiterzukommen, weil... Ich bedenke, was wir noch alles brauchen. Dann für Schloss oder die Burg. Scheint es jetzt nicht mehr zu sterben. Ich weiß, letztes Mal habe ich uns umgebracht, weil es sollen sich alle angesprochen werden. Wir haben keine Flagge. Bist du die Flagge? Jo. Kann man sie verkaufen? Ja, irgendwie ist es immer noch nicht unser Hauptquartier. Sei das Hauptquartier? Wie macht man das? Es ist einfach nur ablegen. Ich weiß nicht. Es wird nicht das Hauptquartier. Wohne. Nee. Gratsch, man. Just destroyed our hotel. Oh mein Bruder. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß, nicht was ich. Ich weiß nicht. Sehr gut. Ich wisse, die wir mal sagen.